die volle konservation männer seid ihr bereit seid ihr bereit ich habe die gesunde futze you go 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 jing du berg meine freunde was geht ab willkommen zu einem neuen video hier auf meinem channel heute geht es um die qbz das war so ein sturmgewehr auf long range hammer geile waffe wirklich kann ich nur empfehlen ich empfehle auch nur waffen die mir wirklich gefallen ja auf nahe distanz wirklich gar nicht geil also auf revert sage ich mal von 10 bis 10 also von 1 bis 10 ist es eine 7 aber verdankst lasert sie alles auf long range also viel spaß mit diesem video falls du mich noch nicht abonniert das abonniere mich jetzt falls das video noch nicht geliked das gleich ist jetzt danke ich habe ihn gesnipet alles gut wow let's kick ja maschine oh nio scheiße da zwei oh beide nockt wo hast du den nockt beide oben und 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 ein lockt stark 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 oben ist nur einer ich habe die fragen ob ich sie lecker würde es ich nicht vergessen und ich würde mich fragen den nockt nico vor dem haus und so ne kippmaschine ich kann nicht mein klasse so das ist mir scheiß egal er ist runter geht er ist gedroppt oder er ist auf der erst nico er ist auf der erst sorry für den kürzeln nico da oben ich schieße schon auf ihn der ist so scheiße gewesen gar nichts gecheckte arme ich hab zwei ko oben auf dem dach ich hab die gefickt ich hab alle gefickt ich hab die so nütz ich lauf dem so hinterher alles easy digger hoch hier oben oben bei mir sehr schön und der platten gab es doch klappen er wollte ich kann drinnen und alter du wund alter er ist drin er kriegt das window ja ich krieg wieder alleine scheiß das war nicht total des plans ich hab plan die leidigen an uns sterben ja digger die sind bei mir oben im keller bei mir direkt am fenster direkt am fenster er ist wieder hoch nein digger meine krisis digger was los mit dir was willst du alter vor allem mit der reviven er hat ihn nicht revived er hätte nur gezetzt ja deswegen ja hast du noch welche hier vor mir ach digger ach ne oh ich hab die pfeilung gedrückt ja weil er monstatt war aber ich schwöre was hast du reflekt jungen ich sterbe weil ich keine jungs ich werde sterben an gas ich werde sterben aber ihr parkt es ich vertraue euch ich vertraue euch da der andere ist unten ja schau her gg's gut jungen sehr gut qbz qbz qb und so grüßen wir raus an dich hier ich zocke die qbz mit dem agency mündungsfeuerdämpfer mit dem lauf 15,5 sonderkommandolauf den feldagenten griff stannach 60 schuss trommelmagazin und das aktialarmste 3er visier hier nochmal also den letzten die letzte mündung den letzten lauf den vorletzten griff äh unterlauf schuldigung den vorletzten unterlauf natürlich magazin stannach 60 schuss trommelmagazin und axialarmste ich hoffe das video hat euch gefallen wie immer lasst ein like und abo da ich würde mich freuen watch time gönnen bis zum ende wer bis zum ende geguckt hat kommentiert mal jetzt äh in die kommentare qb ist sein macher einfach qb ist sein macher qb ist sein macher qb ist sein macher einfach mal machen mal gucken go at und und dwa Bis zum nächsten Mal.